So, ich bin jetzt noch ein Stück weiter gefahren. Ich bin jetzt hier in der Nähe von Altsai, genauer gesagt Mauchenheim, und hier entsteht der Windpark Freimarsheim-Mauchenheim. Hier gebaut BayWa 5 Vestas V136. Ja, die erste Anlage ist bereits errichtet. Das habe ich beim letzten Mal schon aus der Ferne gesehen. Ja, und ich habe mal wieder sowas von Glück. Da hinten ist gerade die zweite Anlage im Aufbau und die haben doch tatsächlich die Gondel gerade am Haken. Geile Scheiße. Da muss ich auf jeden Fall schnell hin, dass ich noch ein paar geile Bilder und Videos machen kann. Ja, ich bin jetzt quasi einmal im Kreis gefahren, damit ich die Sonne im Rücken habe. Da hinten ist dann nämlich der Kloppberg, bzw. der Windpark Dautenheim-Hangenweißheim, Äppelsheim, davor. Der Kloppberg ist noch ein bisschen weiter hinten dran. Und hier schließt sich dann der Windpark Flomborn an. Da stehen auch noch mal jede Menge Vestas V 112 und auch einige Senvion-Anlagen, glaube ich. Ja, da stehen auch noch Senvion. 3.2 M 114, glaube ich. Der Rest ist alles V 112. Eine kleine Necmi-Coin ist glaube ich auch noch dabei und eine E66. Aber auf jeden Fall auch sehr viel Vestas hier in der Region, besonders V 112. Ja, und jetzt kommen noch mal fünf Vestas dazu, allerdings ein bisschen größer. Ja, ich werde mich jetzt auf jeden Fall sputen und zu der Anlage da hinten fahren, damit ich den Zug des Maschinenhauses noch mitverfolgen kann. Bis gleich! So, jetzt bin ich noch mal ein Stück näher dran. Mann, habe ich aber auch echt ein verdammtes Glück, dass wir jetzt gerade das Maschinenhaus ziehen. Geil! Ja, ist auch mal cool, den Turm in voller Größe zu sehen, ohne Rotor obendrauf. Ja, das geht jetzt echt super langsam. Ich könnte mir vorstellen, dass das halt erstens super schwer ist, aber auch wahrscheinlich sehr windanfällig. Ja, Projektierer, ich habe es ja schon gesagt, ist die Baywa aus München. Ja, das ist jetzt quasi nur das Maschinenhaus. Generator und Getriebe kommen dann in einem separaten Schritt. Ja, hier sind jede Menge Monteure unten auf dem Feld, die das Maschinenhaus stabilisieren, weil das wahrscheinlich ziemlich hin und her schwankt. Und es geht jetzt echt im Schneckentempo nach oben. Ja, die anderen Komponenten sind auch bereits da. Da liegen die Rotorblätter. Da ist die Nabe. Ja, und blau eingepackt ist dann der Generator bzw. Getriebe. Ja, die Anlagen haben eine Nabenhöhe von 149 Metern und 3,6 Megawatt. Fünf Stück. Ja, hier ist die bereits fertig errichtete Anlage. Die steht schon seit zwei Wochen, glaube ich, an dem Wochenende, als ich mein Fahrrad geschrottet habe in dem Video von Mainz. Wenn man in diese Richtung hier blickt, sieht man die Anlage schon hinten am Horizont. Ja, da hinten scheint dann wohl die dritte Anlage hinzukommen. Da liegen nämlich auch schon Rotorblätter und Turmteile und Maschinenhaus auch. Da guckt jetzt nur der Kühler raus. Sehr geil. Ach, das ist aber auch echt perfektes Timing, dass ich jetzt genau da bin, wenn sie das ziehen. Sehr, sehr geil. Ja, ich werde jetzt mal mit der Drohne hochgehen und mir das Ganze mal von oben anschauen. So, jetzt stehe ich nochmal in der Nähe von der fertig errichteten Anlage, Nummer 1. Die ist schon echt riesig. Auf der Falkenhöhe zum Beispiel kam mir die nie so riesig vor, weil die Bäume immer drumherum standen. Aber jetzt auf freiem Feld sieht die echt nochmal viel, viel größer aus. Sind allerdings nicht ganz so leistungsstark. Die haben nur 3,6 Megawatt. Die auf der Falkenhöhe haben etwas mehr Power. Die haben 4,2 Megawatt. Ja, angeblich sollten ja alle Anlagen schon bis Ende Februar fertig sein und sogar schon in Betrieb sein. Das wird wohl eher nichts. Also die letzten Wochen war ja echt schwierig mit Sturm. Da hatte ich jetzt echt Glück, dass sie heute überhaupt was gezogen haben. Ja, Maschinenhaus scheint oben zu sein. Ach, noch nicht ganz. Ich glaube es taumelt noch so ein bisschen, oder? Na, ich glaube es ist schon oben. Ja, das schaue ich mir auf jeden Fall gleich auch nochmal aus der Nähe an. Ja, die Anlagen stehen hier direkt an der Autobahn Richtung Mainz. Das ist die A 63. Ja, hier hinten sieht man jetzt nochmal schön den Windpark Flomborn. Mit den ganzen Vestas-Anlagen. Also ich bin hier auf jeden Fall schon öfters vorbei gefahren. Ich kenne auch den Windpark Flomborn von der Autobahn aus. Ja, von hier aus kann man den Aufbau schön von der Autobahn aus verfolgen. Schon noch recht schön, die V36. Ich bin echt gespannt, wann ich mal die erste Inventus sehe. Die Narbe kommt mir auch so ein bisschen, die sieht irgendwie so ein bisschen anders aus, finde ich. Irgendwie so ein bisschen rundlicher. Sieht fast schon aus wie die Inventus-Narbe. Naja, ich werde jetzt mal weiterfahren und gucken, was es noch so für Komponenten zu entdecken gibt. Sonst muss ich mich wieder zu sehr beeilen für auf den Zug. So, ich stehe dann jetzt nochmal hier in der Nähe von der zweiten Anlage. Von der anderen Seite aus gesehen. Ja, und das Maschinenhaus ist oben. Ging dann jetzt doch schneller als gedacht. Ja, bis der Kran sich lösen kann, das wird jetzt noch ein Weilchen dauern. Bis alles verschraubt ist, schätze ich. Ja, aber im Vergleich zum Maschinenhaus von der E138 zum Beispiel, ging es dann doch relativ langsam. Also das habe ich auch schon mal beobachtet und das ging relativ schnell. Da sieht man jetzt nochmal die Rotorblätter. Da liegt die Narbe. Ja, ich schätze mal, wenn das Wetter so gut bleibt, wird die Anlage wahrscheinlich diese Woche noch fertig. Da sieht man jetzt nochmal die Baustelle von Anlage 3. Da sind auch schon alle Komponenten da und auch zusammengebaut. Die waren echt fleißig. Ja, und da hinten scheint dann die vierte und die fünfte Anlage hinzukommen. Auch schon alles da. Krass. Das ist halt das Krasse bei Vestas, dass die Anlagen echt super schnell aufgebaut sind, sobald alle Komponenten da sind. Da spart man sich halt echt den ganzen Betonturmaufbau, der mehrere Wochen dauern kann, sondern da werden einfach die Stahlröhren aufeinander gesetzt und gut ist. So, jetzt stehe ich hier nochmal an der Baustelle von der vierten Anlage. Komponenten sind soweit alle da und vormontiert. Hier drüben ist das Fundament. Da steht sie dann später. Da ist auch schon die Treppe, die vorne an den Turm drankommt. Ja, und hier liegt die Gondel. Kühler ist schon montiert. Und hier liegt die Narbe. Sieht jetzt auch komisch aus, weil die anderen Abdeckungen alle so übereinander sind. Aber es ist auch mal cool, so das Innenleben der Narbe zu sehen. Ja, und hier liegen dann die großen Röhren, die dann quasi zweigeteilt sind. Dreigeteilt, glaube ich, sogar. Die unterste ist, glaube ich, sogar dreigeteilt. Die mit dem roten Ring zweigeteilt. Und hinten dran liegen dann noch die drei anderen Röhren. Ja, hier sieht man es auch wieder. Hier sind auch wieder jede Menge Windräder auf dieser Seite. Das ist jetzt der Windpark Heimersheim, meine ich. Da stehen auch nochmal Enercon und sehr viele Zenvion-Anlagen. Aber auch kleinere Enercon E66, E48. Und da drüben ist auch nochmal ein großer Vestas Park mit Vestas V 112. So, hier sieht man die Gondel nochmal schön von nahem. Habe ich jetzt auch noch nie so nah gesehen. Schon echt ein fettes Teil. Und dieser Kühler oben drauf ist echt gewaltig. Logo ist jetzt noch keins drauf. Kommt wahrscheinlich später drauf. Wird wahrscheinlich draufgeklebt. Ja, aber das Maschinenhaus ist irgendwie gar nicht so lange. Hätte ich mir jetzt irgendwie länger vorgestellt. Wenn ich mir da das neue Maschinenhaus von der Inventus so anschaue, das ist ja echt Wahnsinn, wie lang das ist. Das ist nochmal länger. Ja, und hier blau eingepackt sind dann das Getriebe. Und der Generator. Ich bin mir jetzt gar nicht hundertprozentig sicher, was hier eigentlich alles drin ist. Korrigiert mich, wenn ich falsch liege. Aber ich bin mir relativ sicher, dass es Getriebe, Generator, Transformator sowas ist. Ja, und hier hinten ist dann die Baustelle für die fünfte Anlage. Da sieht man es jetzt. Da sind auch schon alle Komponenten da. Alles schon fertig zusammengebaut. Da waren sie echt fleißig. Ja, hier sieht man die Rotorblätter jetzt nochmal schön von vorne. Das sind auch echt lange Latschen, ey. Ja, was man hier aufpassen muss, hier stehen überall Bewegungsmelder. Man darf nicht zu nah an die Baustelle kommen, sonst wird irgendein Typ benachrichtigt, der Security macht. Und wenn man einmal um die Baustelle herumläuft, gehen alle diese Bewegungsmelder an, ohne dass man das eigentlich merkt. Das ist mir schon mal passiert. Da dachte ich eigentlich, dass ich genug Abstand halte, aber da war ich dann doch zu nah dran. Bei anderen Baustellen ist es ja so, dass man dann per Ansage aufgefordert wird, die Baustelle zu verlassen. Aber hier sind es nur Bewegungsmelder. Da muss man echt ein bisschen aufpassen. So, ich bin jetzt hier nochmal auf der anderen Seite von der Autobahn. Ich habe gehört, dass hier irgendwo noch eine Nordics N149 errichtet werden soll. Die gehört zu Valheim. Und ich schätze mal, dass das hier ist. Hier werden nämlich auch gerade so Bodenplatten ausgelegt. Und hier hinten scheint auch noch ein Solarpark gebaut zu werden. Also ich schätze mal, dass die Anlage dann irgendwo hier dazu gestellt wird. Hier hinten ist nochmal der Windpark Haimersheim. Und hier hinten hat man nochmal einen schönen Blick auf den Kloppberg. Und den Windpark Dautenheim, Hangenweishheim, Äppelsheim. Ja, ich werde mich dann an dieser Stelle verabschieden. Ich muss mich leider ein bisschen beeilen, dass ich meinen Zug erwische. Im Anschluss nochmal ein kleines Drohnenvideo. Viel Spaß damit und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.